halli hallo ja um mich mal wieder zu melden und mal etwas von mir zu geben also mein gesundheitszustand ist soweit relativ stabil nicht immer aber aber ich kann damit glaube ich ganz gut umgehen dann habe ich mir die ganze zeit mein häkeln und stricken vorgenommen mich da halt auch mit youtube ja kann man weitergebildet sagen weiß ich gerade gar nicht auf jeden fall ich habe ich bemühe mich ja mich selbst weiter nach vorne zu bringen mit dem häkeln und stricken also mich zu verbessern mir fehlen die worte wortfindungsschwierigkeiten ja auf jeden fall klappt das ganz gut ich habe die rv technik ganz gut drauf racklan von oben mache da auch mittlerweile meine eigenen berechnungen gott sei dank ich habe es mir über eine dame die der youtube kanal heißt melas strickstube und melas strick tipps kanal youtube kanal anhand ihrer infos und erklärungen habe ich mir dann diese technik halt mit selbst ausrechnen beigebracht und ich muss sagen es ist weitaus besser wenn man alles selber machen kann anstatt ja sich über die youtube kanäle dann sagen lassen zu müssen ja also für die und die größe so und so viele maschen und wie auch immer und hollala es passte nie bei mir weil ich immer eine andere wolle hatte und auch eine andere nadelstärke und ich stricke mittel mittleres maß das heißt ich stricke nicht zu fest aber auch nicht so locker also mittel halt und ja da muss man nun mal alles selber berechnen können und ausrechnen können das ist für arbeit aber am ende kommt dabei was schönes raus ich weiß jetzt gerade gar nicht kann man ja doch so vielleicht wartet mal ich drehe mal eben die kamera um nein das war die falsche kamereinstellung das sollte dann das video drauf ja egal ich höre mich nicht für meinen wohnzimmer tisch und meine wasserflaschen ja auf jeden fall ist das hier schon mal wieder so eine so eine jäckchen mit kapuze dran die kapuze sieht man jetzt überhaupt nicht aber die ist hier hinten die ist hier mit dran und auch raglan von oben gestrickt mit christmas wolle christmas sockwool von hobby hobby geschrieben h o b b ii falls ihr da mal drauf gehen wollen www hobby de ist da die internetseite und kann ich echt nur wärmstens empfehlen da kaufe ich nur ein das ist mein online shop da geht nix drüber und ja ich kaufe aber auch bei romy fischer ein der youtube-kanal heißt auch romy fischer und die dame hat natürlich auch ihre eigene seite für wolle einkaufen und zubehör strick und häkel zubehör und ja von daher mache ich da bin ich da immer ganz gut mit dabei dass ich mir da halt meine wolle kaufe romy fischer.de www.romyfischer.de ja jetzt muss ich mal gerade gucken 4 26 das video ich mache gleich weiter bis gleich